Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Fußball-Historie. Hier gibt es jede Woche eine kurze Geschichte aus der Fußballgeschichte. Mein Name ist Felix und heute geht es um das Flugzeugunglück von Manchester United. Denn heute vor 63 Jahren, am 6. Februar 1958, war ein besonders tragischer Tag in der Geschichte des englischen Fußballs. Eigentlich sollte dieser Tag im Jubel enden. Dutzende Fans hatten sich auf dem Flugplatz von Manchester versammelt, um ihrer Elf einen begeisterten Empfang zu bereiten. Das Team von Manchester United hatte am Abend zuvor bei Roter Stern Belgrad ein 3 zu 3 erkämpft und zog dadurch ins Halbfinale des Europapokals der Landesmeister ein. Doch die United-Fans warteten vergeblich. Der Flieger mit der Mannschaft kam nie zu Hause an. Die Heimreise von Belgrad endete für die Spieler in München – auf tragische Weise. Dort war lediglich ein kurzer Tankstopp geplant, doch dichter Schneefall verzögerte den Weiterflug. Zwei Startversuche scheiterten. Es war exakt 15.04 Uhr, als Flug Nr. 609 der British European Airlines ein drittes Mal versuchte, von der mit Schneematsch bedeckten Piste des Flughafens München-Riem abzuheben. Auch dieses Mal gewann die Propellermaschine nur langsam Anfahrt. Bei 217 kmh erreichte sie den Point of No Return. Sie konnte nun nicht mehr gestoppt werden. Doch genau in diesem Moment geriet das Fahrwerk in den unberührten Schneematsch im letzten Drittel der Startbahn. Das Tempo sackte rapide auf 194 kmh herunter. Zu langsam zum Abheben, aber immer noch viel zu schnell, um den Start ein weiteres Mal abzubrechen. Die Maschine durchschlug den Begrenzungszaun des Flughafens und touchierte mit der linken Tragfläche ein Haus. Das Heck rammte eine Baracke und brach ab. Kerosin trat aus, Funken schlugen, die Maschine fing sofort Feuer. Von den 44 Insassen starben 21 noch an der Unfallstelle. Darunter waren sieben United-Spieler. Kapitän Roger Byrne, der wohl beste Verteidiger Englands, und Stürmer Tommy Taylor. Beides absolute Leistungsträger der englischen Nationalmannschaft. Dazu die Mittelfeldspieler Eddie Coleman, Mark Jones, Geoff Bent, Stürmer David Peck sowie der irische Torjäger Liam Whelan. Um das Leben des 21 Jahre alten Duncan Edwards kämpften die Ärzte im Münchner Krankenhaus rechts der Isar 15 Tage lang verzweifelt unvergeblich. Edwards war der achte Stammspieler, der den Crash nicht überlebte. Die Experten waren sich einig, der 21-jährige Außenläufer war der mit Abstand beste britische Fußballer seiner Generation und stand vor einer Weltkarriere. Schon mit 17 wurde er zum Profi. Als erster Spieler von der Insel hatte er private Werbeverträge abgeschlossen. Die Spieler Johnny Barry und Jackie Blanchflower wurden so schwer verletzt, dass sie nie wieder Fußball spielen konnten. Mit einem Schlag hatten die Busby Babes aufgehört zu existieren. So wurde die Mannschaft von Manchesters Coach Matt Busby wegen ihres geringen Durchschnittsalters von nur 22 Jahren liebevoll genannt. Das junge United-Team brach also genau in dem Moment auseinander, als es im Begriff war, die Philosophie seines Trainers in Perfektion umzusetzen. Es ist keine Schande zu verlieren, wenn man alles gegeben hat, lautete der Leitsatz von Busby. Fußball muss begeistern und kann in seinen schönsten Momenten wie ein Kunstwerk sein. Doch knapp zweieinhalb Jahre, in denen Busby und seine Babes zuvor ihre Fußballwunder bewirkten und zwei englische Meistertitel in Folge holten, reichten aus, die Augenzeugen von damals noch heute ins Schwärmen geraten zu lassen. United, das waren die Künstler, wie alle anderen dagegen nur Handwerker, sagt etwa Jimmy Greaves, in den 60er Jahren der überragende englische Torjäger und heute einer der populärsten TV-Moderatoren Großbritanniens. Knapp einen Monat nach dem Unglück, am 5. März 1958, lud Manchesters Vereinsführung einige der Münchner Ärzte und Krankenschwestern zum FA Cup-Viertelfinalspiel gegen West Bromwich Albion ins Old Trafford ein. Über die Stadion-Lautsprecher wurde ein Tonband mit Grußworten Matt Busbys vom Krankenbett an der Isar abgespielt. Und der legendäre Coach gewann seinen schwersten Kampf. 63 Tage, lange Zeit davon unter einem Sauerstoffzelt, lag Busby mit einem Lungenriss im Krankenhaus. Zweimal erhielt Busby von einem Priester die letzte Ölung. Fast schon ein wenig unheimlich wirkt rückblickend Busbys Versprechen, als er im April 1958 auf Krücken das Münchner Krankenhaus verließ. Zehn Jahre werde ich brauchen, um wieder eine so großartige Mannschaft aufzubauen, die sich die Krone Europas und den Europapokal holen wird. Und es gelang Busby tatsächlich. Er schafft es, um die wenigen Spieler, die ihre Karrieren nach der Katastrophe fortsetzen konnten, ein neues, schlagkräftiges Team aufzubauen. Darunter der nordirische Weltklasse-Keeper Harry Gregg, Verteidiger Billy Foulkes und der junge Stürmer Bobby Charlton. Am 29. Mai 1968 war es soweit. Matt Busbys Prophezeiung wurde Realität. Im Finale des Europapokals der Landesmeister besiegte das Team Benfica Lissabon mit 4 zu 1 nach Verlängerung. Wie ein Fußballphönix schwang sich das neue Manchester United mit Spielern wie George Best, Nobby Stiles und Dennis Law aus der Asche von München wieder auf den europäischen Fußballkämpfe. Das war's mit dieser kurzen Geschichte und wenn ihr nächste Woche wieder etwas aus der Geschichte des Fußballs hören wollt, dann lasst doch ein Abo da und liked dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Teil der Karriere